Ich weiß es nicht. Er meinte, dass Java bei ihm nicht geht und er kann sich deswegen auch keine Mods holen und Optifine ist bei ihm dann auch so eine komische Datei und keine Ahnung. Hat er einen hässlichen Rechner? Nein. Er möchte das mit dem Java halt auch nicht mehr ausprobieren, weil damals war das wohl irgendwie sehr scheiße. Wenn die den so hoch spielen, komme ich nicht hinterher. Ja, die sind auch wieder so richtig gut, das finde ich blöd. Ja, die müssen aufhören zu spielen. Einer davon ist Profi und die anderen haben gar keine Bezeichnung. Ich habe es gesehen, Tigger, du wolltest ihn. Ja. Ja. Schade. Kam keiner hinterher. Ich bin im Tor alles gut, die können mich auch gar nicht outplayen oder so. Ja. 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 Und, also, Hillmaschinen. wir lassen die ball erst mal rollen warte warte meine chance chance wir oh mein gott super gemacht warte habe ich das überhaupt gemacht ja das stand da du hast ihn ein kleines stückchen mehr berührt hoch ich bin drüber geflogen das war nicht gut was super mittelfeld ich habe dich gesehen das ist schön ich habe es gesehen hoch ich war zu dicht an den anderen stress das schaffst du der fliegt so weit hoch wie triffst du den wenn er so hoch ist ich hab den auch nur so ganz leicht mit der ecke erwischt ich brauche ewigkeiten um überhaupt so hoch zu kommen oh gott wenn er dann über mir fliegt sehe ich ihn nicht mehr oder ich sehe keine gegner mehr weil die ballkamera ja nach oben zeigt weil wenn wir nachspielzeit machen wie lange brauchen wir denn dann drei stunden das war knapp oh natürlich auch nett ich komme hier nicht von der wand doch was war das wow das war knapp ich habe ihn fast zu dir zurück gespielt gerade weil ich gerade so doof auf der höhe war er ist genau so ein paar millimeter über mir geflogen hatten wir doch vorher abgesprochen ja um den gegner zu verwirren hä spielt er sein eigenes oh was hat er hier für eine blutspur kommt den oh ne ich nenne ihn bloody oh nein verlängerung abgeprallt abprallen lassen jetzt rein machen ich habe keinen boost mehr übrig die aktion hat meinen ganzen boost gebraucht nein nein bloody ich will nicht dass du den ball kriegst nein bitte nicht bitte nicht ah ok ah ich fliege zu lange dann mach doch grad mal ein tor bitte ok ich probier's dann beschärfst du uns das ok so du hast schon mal einen explodieren lassen das kannst du ja gut so ich hab's probiert und das hat geklappt super das war genau so gewollt ja erstmal den gegner eins einwischen dann hätte ich mich mal einen heimwischen ernst ich muss mein dings ändern spannend jetzt das war